Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Beyond Too Soft. Hier ist wieder euer Oliver3911, ich begrüße euch zurück zu diesem Let's Play. Und jo, wir sind immer noch bei den lieben Indianern und jo, machen uns jetzt im Prinzip auf den Weg, wieder auf die Straße zurück. Der nette Paul hat uns noch einen Kaffee angeboten, das haben wir natürlich Duncan angenommen. Und jo, jetzt gibt es hier nicht mehr so viel zu tun, also ich kann auch offensichtlich nicht Tschüss sagen, das ist ein wenig schade, aber naja, gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Die Nacht haben wir auch gut überstanden, gab ein paar Sandstürme und so, aber naja, das passt schon. Der Stuhl sieht ein bisschen scheiße aus, jetzt hätte man bei ihm die Texturen vergessen. War ja klar, dass es nicht so einfach wird mit dem Abhauen. Oh, scheiße, welcher von beiden ist denn jetzt Co? Okay, ich muss es zum Glück nicht selber machen. Gut. Warum haben die solche Klamotten? Ach, sei's drum. Hm, Eimer, Wasserpumpe, Schafe, ja doch, das sollte gehen. Das sollte ich hinkriegen. Ach, Bewegungsstörung, die nicht funktioniert. Noch mal. Noch mal. Jetzt nicht mehr. Oh, Schafe, 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 Schafe. Jetzt gibt es Wasser, 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 Wasser. Oh, yeah. Ich frage mich, was die Söhne dazu sagen. Oder ob die einfach sagen, der Paul sagt, dass die Alte hier bleiben darf und uns helfen darf. Das heißt, ich muss weniger machen. So, du bleibst da so eine Weile. Das scheint wohl so. Klasse. Oh, okay. Es ist gut, wenn jemand hilft. Wollst du etwas Heu vom Heuboden? Gut, jetzt kommen wieder diese Aufgaben. Laufe von A nach B. Und hole etwas und bring es zurück. Naja, gut. Das ist kein Rollenspiel, das kann ich damit leben. Zumal es ja auch nicht immer so vorkommt. Was sagt die Oma eigentlich? Ich frage mich, was mit der ist. Die ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Interpretiere Schweigen als Ja. Ob wir herausfinden, was mit ihr passiert ist? Oder warum sie nicht mehr redet? Ach, sei es drum. So, was war jetzt Heu holen, ne? Heu, 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 the boat over in the sea. Mevoli, 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 mevoli. Da oben ist Heu. Was ist denn das hier? Oh, ein Buch. Ah, vielleicht sehe ich mir das nachher an. Erstmal nochmal mit Eiden kurz einen Blick riskieren. Es schreit ja geradezu wieder danach, dass wir an Secrets vorbeilaufen. Oh, wir könnten Jodie ein bisschen helfen. Ah, doch, habe ich gerade ehrlich gesagt keine Lust. Hm. Immerhin sollte Jodie ein bisschen arbeiten, wenn sie schon kein Geld dafür kriegt, ne? Boah, geil. Weil die Eiden auf einmal abgeht. Ja, aber ich sehe hier jetzt auch nirgendwo Secrets noch weiter. Oh, da ist ein cooles Gebäude. Es ist leer. Ist hier nicht mein Secret drin? Meck mich doch am Arsch. Na gut. Liebe Kamera, Find's super, wenn du mal... Okay, danke. Warum bewahren die das Heu überhaupt an so einer Scheißposition auf? Und natürlich nimmt Jodie den untersten Heubeilen. Statt einen Heubeilen zu nehmen, der weiter oben ist. Nein. Nein. Das war nur ein Ballen. Jetzt relax mal. Bleib mal ein bisschen ruhig hier. Und ja, ne? So. Aber so ein Geist kann einen schon echt Arbeit abnehmen, ne? Na toll. Ich arbeite und die sitzen jetzt alle gechillt im Schatten. Hey, Jodie! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Okay. Die waren anscheinend nur auf dem ersten Augenblick so, so, so unfreundlich. Hm. Kennen mich gerade mal so zwölf, dreizehn Stunden, weißt du? Übrigens, das ist eine Schaf, was da so tot drum lag. Ich frage mich, ob das was mit der Vision zu tun hatte, die wir hatten, während wir gestorben waren. Ihr Schaf. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab hier noch zu tun. Okay. Na dann. Okay. Na dann. Dann gibt's jetzt mal was zu essen, Mann. Erstmal, natürlich, mit einem nochmal umsehen. Denn Secrets kann es überall sein. Oh yeah. Ich will Bonisse. Bin ein Bonussüchtiger. Was ist hier eigentlich drin? Ist die Hunderte? Ja, vielleicht. Also hier gibt's echt nix zu sehen. Was gibt's denn nicht, dass es hier nirgendwo irgendwie ein Secret gibt? Das ist nur der Typ. Das ist langweilig, Alter. Hier gibt's nichts. Außer ein paar Pferde. Hey Jodie! Komm hier rüber! Ja, ist ja gut. Gibt eh nix mehr zu sehen. Dann gehen wir jetzt dort essen. Lunchtime! Es gibt Essen. Ja, Essen. Ja, Essen. Dafür würde ich sogar essen. Setz dich doch. Danke. Ach, verdammt. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde. Ich hab die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Hm. Sind noch andere Navajo-Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren. Aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor... Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Nicht jeder wohnt gerne hier draußen. Okay. Ich glaub mal das Erste. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Ja. Und irgendwas reißt ihnen das Herz raus. Okay. Was waren das für Geräusche heute Nacht? Da war dieser Lärm wie... Wie ein Hämmern am Haus. Das ist nur der Wind. Er macht seltsame Geräusche hier draußen. Stellst du immer so viele Fragen? Hey. Hey. Ihr habt auch nicht gerade... Wenn ich eine Sache nicht kapiere? Ja. Ja? Wie wäre es, wenn ich dich mal was frage? Etwa wo du herkommst? Was du hier draußen willst? Wird dir nicht so gefallen, ha? Also behalte einen Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich. Ich muss arbeiten. Ach. Der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Mit Sicherheit. Ich weiß leider immer noch nicht, welcher von beiden wer ist. Ich hab mir nicht mal den Namen von einem von beiden gemerkt. Na gut. Na gut. Und was jetzt? Hm. Ich geh mal zu Paul. Hey, hast du noch was zu tun, Paul? Nein. Aber die Jungs brauchen vielleicht noch Hilfe. Okay, ich guck nach. Was hat denn die da für einen Schlüssel im Hals? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ah. Hier gibt's alte Autos. Und so weit wollte ich eigentlich gar nicht laufen. Ich wollte mir nochmal den Schrotthaufen anziehen. Aber gut. Dann gehen wir mal gucken, ob der mit dem Pferden fecht. Wo ist der andere? Ich mach das mal schneller als einen. So, da ist klar einer zu sehen. Wo ist denn der zweite hin? Oh. Das nervt, ey. Das nervt. Sehr gut. Okay, ich finde keinen zweiten. Na gut. Gehen wir zu dem. Mal sehen, was Jay macht hier. Blöder Spurkopf. Wie will er mit den anderen mit? Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Gute Frage. Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Aschki. Aschki. Sehr gut. Ich würde jetzt sagen, sie kann mit Tieren, aber so recht, äh, irgendwie auch nicht. Hallo Pferd. Mach keine Angst, ich komm jetzt drüber zu dir, okay? Hallo Pferd. Bist du ein Pferd oder eine Pferdin? Ein bisschen siehst du aus wie eine Pferdin. Ich weiß nicht, ob der Name Aschki, ob Pferd, die deutet. Grüeih, Brauner. Siehst du Aschki? Gar nicht so übel, oder? Dann gibst du. Du magst mich eigentlich, ne? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Reiten und reiten. Okay. Ja? Okay. Übernehmen wir ein Pferd. Bring ihn auf die Koppel. Wo ist die Koppel? Wo ist denn die Koppel? Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Das ist eigentlich keine Koppel, das ist halt Stall. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. It is first. Kein Problem für mich. Okay, jetzt will ich aber echt noch wissen, was das für ein Buch ist, bevor ich duschen gehe. Und erst mal nochmal diesen Stall hier. Der sieht so, ich weiß nicht, so aus, als ob da was ist. Hier ist halt nichts. Warum bauen die den da hin? Einfach nur so aus Jux und Dollerei, um mich zu ärgern? Ich hasse euch. Ich hasse Spieleentwickler. Im Baum was versteckt? Ne, okay. Komm, wir gehen mal kurz nochmal gucken. Ich will wissen, was das für ein Buch ist. Ja, kannst du gleich haben. Ah, ein Bilderbuch. Ich dachte, irgendwas Spannendes. What the fuck? Okay. Warte, ich hab ja vom Spiel ein bisschen was erwartet, aber ähm bin jetzt trotzdem verwirrt. Was hat es zum Teufel mit diesem komischen Geist auf sich? Ist das irgendwie ein Navarro-Geist? Oder geistert hier einfach nur Scheiße rum? Oder was geht denn hier ab? Ey, ganz ehrlich. Ich hoffe, der gute David Cage lässt sich da irgendwie was einfallen, um das zu erklären. Das wär super. Alles andere wär scheiße. Hm. Na gut, wir gehen jetzt duschen. Äh, da ist der Ausgang. Hm. Ich bin auch übrigens, ich hab mir jetzt mal, äh, Fahnen halt mal rausgekramt. Das hab ich ja schon seit einer ganzen Weile bei mir rumliegen. Und ich glaube, das werde ich demnächst auch mal spielen. Vielleicht mach ich da sogar ein Let's Play draus. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr daran Interesse habt, an dem Fahnen halt Let's Play. Weil, man, das gibt's bestimmt schon zu hunderten auf YouTube, aber ich hab's halt auch nochmal rumliegen und, naja. Um sozusagen meine Let's Play-Reihe von dem Entwicklerstudio hier komplett zu machen. Eure Sache. Wenn ihr's wünscht. Mach ich's. Hab ich kein Problem mit. Ich hab's bisher nur mal so eine Stunde angespielt, also. Okay, nackte Jodie. Ist das wenigstens das warmes Wasser? Was frage ich? Das ist in einem Kanister den ganzen Tag in der Sonne steht. Natürlich das Wasser warm. Ich find das ganz schön. Die Tropfen auf der Haut. Das sieht echt gut aus. Alter. So ein Stalker hier. Wow. Äh. Google-Übersetzer? Was heißt das? Und dann rannte der Typ weg. Und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Na gut, Leute. An dieser Stelle ist, äh, mal wieder der Part vorbei. Es scheint auch gerade wieder spannend zu werden. Von daher, guter Punkt für den Cut. Ich werde jetzt trotzdem nochmal ganz kurz... Ich hab Google-Übersetzer gerade mal angeschmissen. Auf dem Handy und werde mal schnell... Wow. Schauen. Da ist natürlich das Internet auf dem Handy nicht an. Hallo. Internet. So, was suchen. Krone. Wirbel. Haarwirbel. Okay, das verwirrt mich. Was soll das heißen? Na gut. Wir erfahren's vermutlich dann im nächsten Part. Ich bin jetzt für heute raus und... Tschüss. Ich bin jetzt für heute raus. Ich bin jetzt für heute raus. Vielen Dank.